Nummer 11. Was versteht man unter dem Begriff innermorphomatische Abwandlung? Bei der Segmentierung von Wortformen in die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten stillt man gelegentlich auf Probleme, im Folgenden am Beispiel der Pluralbildung verdeutlicht. Wenn Sie den Plural von bestimmten Nomina segmentieren, dann geschieht es meist durch das Abtrennen bestimmter Suffixe. Allerdings funktioniert es nicht bei allen Nomina. Entweder weisen diese dann keine Pluralmarkierungen in ihrem Grundmorphem auf, das sogenannte Nullmorphem, oder der Plural wird durch die Veränderung des Grundmorphems mittels Umlaut, also dem Vokalwechsel, gebildet. Auch zum Teil in Kombination mit einem Suffix. Diese Abwandlung des Grundmorphems tritt allerdings nicht nur bei der Pluralbildung auf, sondern auch beispielsweise bei Wortbildungsprozessen, der Komparation von Adjektiven oder der Konjugation starker Verben, bei letzterem häufig mittels Ablaut. Bei der innermorphomatischen Abwandlung wird also das Grundmorphem durch Umlaut oder Ablaut zum Teil in Kombination mit Affixen morphologisch verändert.